Es war im Jahre 1632, als in Rinsenberg ein neuer Schäfer gesucht wurde. Bald schon kam ein fremder Mann ins Dorf und bot seine Dienste an. Ich heiße Klaus. Seit meiner Kindheit bin ich mit Schäfern und deren Herden unterwegs, mit Tieren bestens vertraut. Gebt mir die Stelle als Schäfer. Mit diesen Worten stellte sich eine finstere Gestalt dem Dorfältesten vor. Der lange, graue Mantel, in dem er gehüllt war, der schwarze Hut, den er tief in sein Gesicht gezogen hatte, von dem außer einem zottigen Bart wenig zu erkennen war, hinterließen nicht gerade einen vertrauenswürdigen Eindruck. Verstärkt wurde dies noch durch zwei furchterregende Hunde an seiner Seite, die ihm jedoch sofort auf einen Pfiff gehorchten. Ohne Zustimmung der Dorfgemeinschaft konnte das Amt des Schäfers nicht vergeben werden, aber bis zu dieser Entscheidung durfte sich der Fremde im Hirtenhaus bei dem nahegelegenen Saupferch aufhalten. Am späten Abend begaben sich die Gemeindevertreter zum Hirtenhaus, um mit dem Fremden einige Fragen zu besprechen. Verstehst du dich auf das Heilen von Tieren? wollte man wissen. Bis heute ist mir noch immer gelungen, jedes kranke Tier zu heilen, kam die Antwort. Bist du auch bereit, unsere Kühe zu hüten? Klaus nickte. Hier im Ort gibt es einen Zuchtstier. Er ist so wild, dass sich keiner traut, ihm näher zu kommen. Glaubst du, ihn bändigen zu können? Wortlos stand Klaus auf, nahm seinen Hirtenstab und ließ sich zu dem Stierstall führen. Vorsichtig öffnete man die obere Hälfte der geteilten Stalltür und schon stampfte das Tier heran. Doch statt schnell auszuweichen, gab der Schäfer mit seinem Stab dem Stier einen leichten Schlag auf den Kopf und dieser blieb wie versteinert stehen. Klaus nahm den Stier bei den Hörnern, führte ihn im Stall umher, streichelte ihn wie ein sanftes Lamm, bevor er ihn an eine Kette festband. Dieser Mensch muss besondere Gaben oder übernatürliche Kräfte besitzen, dachten die Anwesenden, welche dieses Schauspiel aus sicherer Entfernung miterlebt hatten. Dass er mit Tieren umgehen kann, hat er jedenfalls auf eindrucksvolle Art bewiesen. Ein neuer Hirte war gefunden. Klaus verrichtete von nun an seinen täglichen Dienst. Er sammelte morgens die Kühe und Schafe ein, führte sie auf die Waldweiden und trieb sie am Abend in die Stallungen zurück. Trotz seiner Zuverlässigkeit, ein Vertrauensverhältnis zu den Dorfbewohnern entwickelte sich nicht. Misstrauen hegte man gegen ihn, welches durch weitere merkwürdige Ereignisse bestärkt wurde. Ein Dorfhund, der ihn anfallen wollte, berührte er kurz mit dem Hirtenstab und ließ ihn so lange regelungslos stehen, bis er ihn wieder durch einen Streich mit dem Stab aus der Erstarrung befreite. Zwei junge Burschen, die ihn wegen seines Aussehens verspotteten, erging es nicht besser. Wie zu steinerstarrt blieben sie auf der Straße stehen, nachdem auch sie, der Hirtenstab, berührte. Ihre Erlösung geschah auf noch rätselhaftere Weise. Nicht Klaus tat es, sondern ein Dorfbewohner, auf den er durch einfaches Handauflegen seine Zauberkraft übertragen hatte. Immer weniger wollte man nun im Dorf mit diesem unheimlichen Mann zu tun haben. Viele weigerten sich sogar, ihm weiterhin ihr Vieh anzuvertrauen. Doch dann kam ein Tag, an dem sich spanische Truppen auf der Flucht vor den Schweden dem Dorf näherten, um es zu plündern. Den Dorfbewohnern blieb nichts anderes übrig, als das Angebot des Hirten, wenigstens ihr Vieh zu retten, anzunehmen. Rechtzeitig, bevor die Soldaten das Haus erreichten, oder das Dorf erreichten, führte Klaus die Herde in den Wald zu einem steilen Felsen. Mit seinem Hirtenstab schlug er an die Felswand, die sich zum Erstaunen der Anwesenden öffnete und den Eingang zu einer Höhle freigab. In diese trieb Klaus seine Herde rein und verschloss sie wieder. Bald nach dem Abzug der plündernden Truppen konnte er so das Vieh seinen Besitzern wohlbehalten zurückgeben. Aber diese Hilfe in größter Not war schnell vergessen. Das Verhältnis zwischen den Dorfbewohnern und dem Schäfer verschlechterte sich immer mehr. Die ihm zustehenden Nahrungsmitteln wurden verweigert, haltlose Beschuldigungen gegen ihn erhoben. Schließlich trieb keiner mehr sein Vieh aus dem Stahl, wenn er es zur Weide führen wollte. Klaus beschloss sich an den undankbaren Dorfbewohnern zu rächen. Die Gelegenheit dazu bot sich bald. Erneut bedrohten umherziehende Söldner das Dorf und die Bewohner baten den Hirten abermals, ihr Vieh zu retten. Bereitwillig kam er ihrem Wunsch nach, sammelte die Herde, führte sie wieder zu dem Felsen und öffnete ihn. Nachdem das letzte Tier in der Höhle verschwunden war, schlug er so fest mit dem Stab an den Felsen, dass dieser wie von Zauberhand einstürzte und ihn, seine beiden Hunde und den gesamten Viehbestand des Dorfes unter sich begrub. Den Felsen, an dem sich diese Begebenheit zugetragen haben soll, nennt man seit diesem Tag den Bös-Klaus-Felsen.